Hallo zusammen, ich bin Lucy. Ich möchte euch meine Meinung über die zweimonatige Anwendung von Diätolin mitteilen und hoffe, dass sie euch bei der Entscheidung helfen kann, ob es sich lohnt, das Produkt zu kaufen oder nicht. Erstens, wenn ihr Diätolin wirklich kaufen wollt, seid sehr vorsichtig mit der Website des Produkts, weil es viele Scharlatane im Internet gibt, die gefälschte Produkte verkaufen. Und um dir zu helfen, lasse ich die offizielle Diätolin-Website in der Beschreibung dieses Videos und im ersten Kommentar. Ich entschied mich, Diätolin zu kaufen, weil es mir wegen meines Übergewichts schwer fiel, die einfachen Dinge des Alltags zu erledigen, ich konnte nicht spazieren gehen, Fahrrad fahren oder sogar mit meinen Kindern spielen, ich fühlte mich schon sehr unwohl, also beschloss ich, es auszuprobieren. Und im Grunde enthält Diätolin verschiedene Vitamine und andere Verbindungen, die dazu dienen, unseren Körper zu behandeln, zu entgiften, den Appetit zu hemmen und die Verbrennung von überschüssigem Fett zu beschleunigen, und das hat meine Stimmung und mein Selbstvertrauen in den gewöhnlichsten Momenten meines Tages stark verbessert. Durch die Einnahme von Diätolin habe ich in zwei Monaten mehr als 9 Kilo abgenommen, und ich bin sehr glücklich und zufrieden mit meinen Ergebnissen. Es war die beste Investition, die ich je in mich selbst getätigt habe. Ich war sehr unschlüssig, ob ich Diätolin kaufen sollte, aber als ich auf die Website ging, sah ich, dass über 20.000 Menschen Diätolin verwendet hatten und die Ergebnisse sehr zufriedenstellend waren. Also dachte ich, dass es auch bei mir funktionieren könnte. Was mir an Diätolin gefiel, war, dass es zu 100% natürlich und sehr einfach einzunehmen ist. Wenn man es richtig anwendet, kann man die Fettverbrennung unterstützen, den Körper entgiften, den Appetit zügeln und die Energie steigern, was sich positiv auf den Alltag auswirkt, wenn es darum geht, Hausarbeiten zu erledigen, Sport zu treiben und Spaß mit der Familie zu haben. Ich gebe zu, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis sehr gut ist, wenn man die hohen Kosten für medizinische Behandlungen, Operationen und Eingriffe in Kliniken bedenkt. Übergewicht und Unwohlsein haben nichts mit dem Alter zu tun. Es liegt also in unserer Verantwortung, alles zu tun, um unseren Körper gesund zu halten, uns gesund zu ernähren und mindestens einmal pro Woche Sport zu treiben. Ich habe mich jahrelang mit diesem Problem herumgeschlagen und mir viele schöne Momente mit meiner Familie verwirrt, und auch in meiner Ehe fehlte mir das Vertrauen, weil ich Angst hatte, meinen Mann wegen meines Aussehens zu verlieren. Jetzt lasse ich mich mit Diätolin behandeln, und ich fühle mich sehr glücklich und zufrieden mit den Ergebnissen in meinem neuen Leben, ohne mich für meinen Körper schämen zu müssen. Diätolin ist so gut, und es ist klinisch erwiesen, dass es unabhängig von ihrem Alter, ihrem Gesundheitszustand oder der Schwere ihres Problems wirkt. Nur diejenigen, die es durchgemacht haben, wissen, wie schrecklich es ist, und ich war sehr besorgt über mein Gewicht, wachte morgens auf und fühlte mich unwohl, war enttäuscht. Ich hasse es, zum Arzt zu gehen, und ich bin sicher, dass ich mir keine Behandlung oder Operation leisten könnte, aber dank Diätolin ist jetzt alles in Ordnung, und mein Alltag ist viel leichter und befriedigender. Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie im Internet über Diätolin sagen, dass Sie sehr schnell Ergebnisse bekommen, wenn in der Tat hängt es von jedem Organismus. Einige Leute können Veränderungen schneller zu sehen, während andere länger dauern kann, um Ergebnisse zu sehen. Mit anderen Worten, es geschieht nicht auf wundersame Weise, müssen Sie die richtige Behandlung für ein bis zwei Monate zu tun, um signifikante Ergebnisse zu bekommen. Auch hier warne ich Sie, seien Sie sehr vorsichtig vor Betrügern im Internet, die versuchen, Ihnen gefälschte Produkte mit veränderten Formeln zu verkaufen, die Ihrer Gesundheit noch mehr schaden können. Ich werde die offizielle Diätolin-Website unten in der Beschreibung dieses Videos und im ersten Kommentar hinterlassen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video helfen, und wenn ja, hinterlassen Sie bitte ein Like und teilen Sie es mit jemandem, der seine Gesundheit mit natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln verbessern möchte. Danke fürs Anschauen und bis bald! Danke fürs Zuschauen und bis bald!